Ist der Abo-Button gedrückt? Machst du das genug verrückt? Ich weiß, der war schlecht. Aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video. Und einige von euch werden dieses Spiel schon kennen. Puppi Playtime ist gerade in aller Munde. Ich hab's auf dem Zweitkanal auch schon gespielt, nachdem meine Community mich reingelegt hat und meinte, so schlimm ist es gar nicht. Ich wette, die sind irgendwie verflucht. Ah! Oh mein Gott. Alter, was mach ich denn jetzt? Oh nein, ich kann ja nicht raus. Hilfe! Oh, Alter. Alter, das ist wie Dark Deception. Ich hasse euch so sehr. Folgt diesem Kanal übrigens sehr gerne. Da kommen sehr viele Games, die ihr euch immer wünscht. Und falls ihr mehr Bock habt, dass wir Spiele wie Granny 2, 3, Scary Teacher und was es nicht alles so gibt, auch noch auf Mobile probieren, dann schreibt es mir hier gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das eventuell auch mal an. Um wieder auf Puppi Playtime zurückzukommen, ich habe in den Tiefen des Internets gesucht und habe so einige seltsame Horror Games gefunden, die um Puppi Playtime handeln. Und die werden wir uns heute anschauen. Und seid euch eines sicher, es wird einfach nur krank. Bevor es damit losgeht, haben wir aber noch einen tollen Kommentar aus der Kommentarsektion dazu. Und zwar hat Ekin geschrieben, Gnu, spiel doch mal Puppi Playtime. Es ist ein Horrorspiel, würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst. Okay, liebe Ekin, das ist somit geschehen. Außerdem werden wir uns heute einige Puppi Playtime Games anschauen, die es gibt und werden diese zusammen bewerten. Von ein bis fünf Sternchen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Sterne ihr vergeben werdet. Mein Sternchen-Ranking werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video erfahren. Es gibt einige, die echt cool sind, aber es gibt auch einige, die sind... So, Leute, wir legen los. Jetzt bin ich also der Typ, der eigentlich immer wegläuft, oder? Okay, was passiert hier jetzt? Wie, du mich nicht... Oh mein Gott, nein. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Ah! Das ist fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich. Ach, hier sind meine Handschüchen. Ja, her damit. Das ist wirklich... Oh Gott, der läuft sogar auf mich zu. Das ist so eklig. Ah, das ist wirklich grausig. Das ist wirklich grausig. Okay. Oh Gott, kommt der jetzt auch raus? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte. Oh. You are saved. Collect. Okay, run. So, jetzt haben wir schon ein bisschen... Okay, kann er hier dagegen? Oh. Haki, Wookie, caught you. Oh mein Gott, wie eklig er rumdance vor mir. Das ist so gruselig. Okay, nochmal. Also heißt es, kann er da jetzt dagegen... Ey, das ist so gruselig. Oh Gott, der läuft einfach durch. Ey, das ist so gruselig, wie er mir hinterherläuft. Ich hasse das auch. Da kriege ich echt das Kotzen. Die laufen auch alle unterschiedlich schnell. Ich kriege schon bei dem Panik. Weg mit dir. Weg, hau ab, lass mich nein. Oh Gott. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Ich sag euch, wenn es neun Teile gibt, dann wird es nicht spielen. Mann, ich hasse das. Die laufen so gruselig. Wirklich, es ist so gruselig. Es hat ein bisschen was von Siren Head. Habe ich auch gehasst. Fürchterlich. Okay, ich kann auch hier mir ein bisschen upgraden. Ich kann schneller werden. Das ist, glaube ich, wichtig, weil ansonsten catcht der mich... Oh Gott. Wie gruselig, der auf mich zurennt. Ich hasse es. Wirklich, es ist so... Oh nein, ich bin vergiftet. Es ist so grausig. Okay, Konzentration, Leute. Sollte kein Problem für mich sein. Er geht. Das ist okay. Die laufen auch unter... Oh Gott, der hat mich fast bekommen. Die laufen auch alle unterschiedlich. Ey, das ist so creepy. Nein, ich hasse es so sehr, Leute. Ich will nicht mehr. Ich hasse es. Geh weg, geh weg, geh weg. Kein Problem, Mann. Ich hole meine Handschuhe. Da rennt jetzt wahrscheinlich gleich auch einer auf mich zu. Okay, und zack, weg. Oh, ekelhaft, ekelhaft. So, wir tun. Wir machen es aber ganz gut, Leute. Wir sind ganz gut dabei. Oh, geschafft. Ich würde mich mal gerne upgraden beim Speed, wenn es geht. Yes, Leute. So, jetzt können wir aber collecten. Jetzt machen wir mal den... Jetzt boosten wir mal den Speed. Und gucken, ob wir wirklich schneller sind. Ja, aber um einiges, oder? Werden die aber jetzt auch schneller? Ich glaube, die werden jetzt auch schneller. Aber immerhin, man kann hier upspeeden. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, das Game tatsächlich. Weil ich der Meinung bin, dass es schon so einen gewissen ekligen Reiz hat, wenn man Poppy entgegenrennen muss und nicht von ihm weglaufen muss. Und es ist ein Mobile Game, das es jetzt auch gar nicht so lange gibt. Das heißt, ich würde diesen Mobile Game tatsächlich... Ich würde sagen, von fünf Sternen eine Drei. Drei Sterne geben. Ihr könnt mir gleich mal in die Kommentare schreiben, wie viele Sterne ihr dem Spiel geben würdet. Ich finde, drei Sterne sind auf jeden Fall angemessen. So, Leute, wir legen los. Es gibt anscheinend hier auch Skins. Okay, wir können uns upgraden. Wir können schneller sein und so weiter und so fort. Aber lasst uns mal in dieses wunderbare Game einfach rein starten. Let's go. So, Waiting for Players. Was ist eigentlich meine... Was zur Hölle tue ich hier? Oh, ich bekomme Babys. Aber warum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Es ist mir aber auch eigentlich egal. Es ist auf jeden Fall... Es läuft oben eine Zeit ab. Ich fresse anscheinend gegen andere Leute irgendetwas. Was ist meine Aufgabe? Ganz viel Puppies zu machen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Warum gibt es hier andere Spieler? Was soll denn das? Hier. Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe. Oh nein, sie wollen uns umbringen. Ich verstehe, was das für eine Art von Spielen ist. Kann ich bitte die... Oh nein, ich kann die Kisten da haben. Meine Babes sind tot. Ey, das ist ja volles dumme Game. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte nein. Das ist für ein dummes Spiel. Nochmal. Okay, also wir müssen so schnell es geht alles einsammeln. Das ist so ne... Sie haben einfach... Das finde ich halt bei Mobile Games so geil. Sie machen immer aus so Games wie jetzt hier, wo du halt viel sammeln musst, um quasi gegen verschiedene Armeen anzukommen. Machen wir einfach mal Puppi Playtime rein, weil ich gerade im Hype. Und wir haben noch ein Schutzschild. Was auch immer das jetzt soll. Ich glaube, wir können mal schon mal die erste Horde angreifen. So, komm her, du Lappen. Oh nein, der hat mehr als ich. Nein, der hat mehr. Aber ist eigentlich egal. Wir haben ja Schutzschilder, ne? Boah, wir nehmen die einfach alle ein. Schaut mal. Jetzt bin ich die größte Armee. Wieso macht dieses Spiel mir auf einmal so viel Spaß? Das sollte es nicht. Ich bin der King. Es gibt niemanden, der mehr hat als ich. Los, auf den da vorne. Los. Okay, ich mach den fertig, die Sau. Schaut mal. Easy, Leute. Easy. So, time out. Half time has passed. Okay. 20% Crowds? Nein, ab wie sie... Holy shit, wurde ich schon baitet, nur um Werbung anzuschauen. Boah, das ist aber schon echt richtig dreckig. Komm schon, ich will einen umbringen. Wenigstens einen. Bleib doch stehen. Der hat Among Us-Figuren hinter sich. So, komm her. Komm her, du Lappen. Warum laufen da einfach tausend Poppys? So, weg mit dir. Ja, easy. Also, Mann ist das Spiel hochwertig. Schaut ihr, das Spiel kann gar nicht mehr laden, dass ich so viele Leute habe. Oh mein Gott, stürzt gleich ab. Das war wirklich eine Herausforderung, Leute. Let's go. Yes. 105. Extra Time. Nein, ich hab gewonnen, Mann. Ich hab gewonnen. Es wird nicht mal zelebriert, dass ich gewonnen hab. Und dann macht man hier noch irgendwie so einen komischen... Was kann man denn kaufen? Shop. Du kannst einen Random Skin bekommen. Und der Random Shop sieht nämlich so aus, dass ihr einfach nur andere dumme Skins bekommt. Okay. Also, dem Game würde ich jetzt nicht so viel Sternchen geben. Ich glaube tatsächlich zwei oder vielleicht sogar nur einen von fünf. Weil es ist halt ein Game, was es schon gibt. Und da hat man halt einfach nur Poppy reingeladen. Es ist nichts, was das Spiel einzigartig macht und aufs Spiel zugeschnitten ist. Sondern man hat gesagt, hey, es gibt gerade ein Squid Game oder Poppy Hype. Also, werden wir das hier jetzt einfach anpassen und machen aus einem komplett anderen Spiel ein Poppy. Und dann können wir das quasi angeben im Titel. Und dann wird es besser gedownloadet. Deswegen ein Stern. Aber ihr könnt mir gerne eure Werte in die Kommentare schreiben. Interessant, Leute. Ich würde sagen, wir gehen auf zum nächsten dummen Poppy Playtime Spiel. Und los geht's. So, Leute. Jetzt gehen wir auf zum nächsten Game. Und ich glaube, in diesem Spiel... Und es sieht einfach nur weird aus. Werden wir, glaube ich, gehuntet. Aber wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Let's go. Okay. Dann lasst uns mal abhauen. Kann ich auch rennen? Ich habe keine Ahnung. Wir rennen jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal keine Sackgasse. Das ist schon mal sehr gut. Escape from Poppy and find the key. Das nenne ich doch mal eine tolle Aufgabe. Oh, scheiße. Er ist schon hinter mir. Oh, mein Gott. Nein. Ich wurde schon gespoilert. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich bin in der Sackgasse, oder? Oh, mein Gott. Okay, Leute. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo wir nicht hinwollen. Nein, bitte lass mich. Nein. Mann. Okay, Leute. Next. 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 Ich weiß jetzt nicht, wo er herkommt. Ist mir aber auch egal. Also links lang ging nicht. Wir laufen jetzt rechts. Oh, scheiße. Okay. Falsche Idee. Falsche Idee. Nein. Nein. Wir sind schon wieder an dieser Stelle. Ich will... Ah. Mann. Jetzt bin ich auch noch erschrocken. Nein. 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 Der ist nicht schneller als ich. Ich hasse dieses Spiel. Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und ihr müsst es jetzt selber ausprobieren. Schreibt mir die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Ich habe es nicht geschafft. Freut euch. Jetzt zum nächsten Game und zu einigen von euch, die sicherlich Spaß an sowas haben. Man kann den scheinbar anrufen. Ich habe schon einiges gesehen, dass man anrufen kann und keine Ahnung. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt an. Let's go. Äh. Poppy Playtime. Call. Open Chat. Calling. Video. Music. Wir machen mal einen Call. Okay. Let's go. So. Poppy Playtime. Ja. Ich gehe ran. Well, I'm glad that you are here. What do you have for me? Can you give Huggie a big hug? I got a new toy for you. Come get it. The game is over now. We can stop and do a high five. Geht der wirklich so? Watch out. You might get hurt. Okay. Mal gucken, wie lange das geht. Eine Minute schon. You are mine. Boah, das ist schon gruselig. Macht der das wirklich? So. Calling Video. Let's go. Oh. Ach. Ja, wunderbar. Die zeigen mir einfach nur Gameplay. Das ist ja mal interessant. Wo ist denn der überhaupt? Da war ich ja noch gar nicht. Vor allem liebe ich, dass dieses Quadratbild so in die Enge gezwängt worden ist, damit es Hochformat sein kann. Ach so. Da kann man jetzt schon rein, oder was? Hä? Das wusste ich gar nicht. Ach so. Ach, witzig. Dann bist du draußen aus der Map. Oh Mann, ey. Also hier erfährt man Dinge, Leute. Eigentlich wollte ich mit Poppy FaceTime. Und nicht mit dir. Also ich muss sagen, dafür, dass ich dachte, dass ich hier drauf drücke und es passiert nichts, haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Deswegen würde ich mal eineinhalb Sterne geben, weil es hat mich, es hat mich überrascht. Es hat mich überrascht, dass man da tatsächlich doch mehr sieht, als ich eigentlich dachte. Falls ihr noch weitere Poppy Playtime Games kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr sowas sehen wollt, wie Granny 2, Granny 3, Scary Teacher, was es nicht alles gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann probiere ich das gerne auch mal für diesen Kanal aus. Ich bin sehr gespannt. Und sage immer, danke fürs Zuschauen. Und auch wenn mir Poppy Playtime 2, das Chapter rauskommt, werde ich das definitiv auch spielen. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt raus!